Yo Peeps, was geht ab? Ich bin heute für euch auf den Streets unterwegs und zwar vor Ronjas Salon der schönen Hunde und bewaffnet mit dem Fur Wizard. Der nämlich verspricht ganz easy und schnell Haare, Fussel und so weiter von Textilien zu befreien. Wir nehmen uns die Hundedecke vor. Da haben wir ja einiges vor uns. Ich gehe jetzt mal einfach mit der Bürste rüber. So und wir sehen, wir haben schon sehr viele Haare aufgenommen mit einem Strich und jetzt kommt das Ganze in die Reinigungsstation. So, unsere Reinigungsstation dürfte mittlerweile schon relativ voll sein. Jetzt gibt es einen super einfachen Weg, die zu entleeren und zwar nehmen wir einfach unten das Stück ab und da hat sich jetzt das ganze Haar gesammelt und dann tun wir es einfach in den Mülleimer. Oh, du alter Schlawiner. Deine ganze Hose ist voll. Da kümmere ich mich erstmal rum. Danke. Kein Problem. Darf ich vorstellen, eine heimliche Star bei uns, die Lilly, die gerne mal das Auto vollfusselt und darum kümmern wir uns jetzt mit dem Fur Wizard. Bei den Papierrollen ist es ja so, dass du halt immer wieder dieses Klebestreifen nachkaufen musst. Das erübrigt sich hier natürlich. Das kannst du verwenden bis Ultimo. Und das ist top. Wie wir gesehen haben, hält das Ding, was es verspricht. Fur Wizard. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch eine Hund oder Katze oder 500 Hamster zulegen, die ganz viel haaren, nur damit ich das Ding benutzen kann. Wenn ihr auch einen Fur Wizard haben wollt, dann habt ihr Glück, denn ihr bekommt einen Mini Fur Wizard dazu. Der passt in jede Handtasche. Alles quick and easy. Link ist in der Description. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und kommentiert fleißig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.